So, jetzt arbeiten wir noch auf dem Blumenfeld, da wird da verschiedene Blumen abgeschnitten, in den Kipper geworfen und auf den Mist damit. So, es ist jetzt 5 Uhr, wir haben da viel geschnitten, viel aufgeräumt, in unserem Blumenfeld, ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht, Daumen hoch, wir bauen auch sie, und Kürbis haben wir auch noch viele, ihr könnt da bei uns vorbeischauen, Halloween-Kürbis, Speise-Kürbis, Zier-Kürbis, alles ist da vorhanden.